Zaufus Leute, so das mal im Test, dass sie mich nicht verrät. Blackbox. So, das mal haben wir... Was haben wir denn? Ich habe ja noch gar nicht... Schau, das sind immer noch Fahrzeuge. Schau, siehst du das? Von den letzten Regnern. Ja, Schweifkometen in fünf verschiedene Fahrzeuge. 88 Gramm Nm. 2 Gramm weniger, das ist wie die normalen. In F2, fünf Stück. Da sieht man jetzt die Farbe, aber nicht. Die waren jetzt alle grau. Achso, da steht es oben. Schauen wir mal, ob das so schönes Gold ist. Oh, der war jetzt nicht gut. So, warte. Sonst bin ich blind. Nicht, dass das rumkippt zu uns. Das siehst du noch kommen. Das ist schon gar nicht geil. Oh, geil. Die sind jetzt vielmal geiler als die anderen. Na, total. Der Schwerverlösch. Da hast du mir deine Kohle geäußert. Klingt ja geil, wieso? Ich fliege. Auf alle Fälle, ja. Aber nicht so konstant. Ne, ungleichmäßig ein bisschen. Da haben wir jetzt. Silber. Silber. Ist gleich um mich. Ist da gleich um mich. Ja, genau. Jetzt holen wir mal. Alter. Oh. Schwerverlösch. Schwerverlösch. Ist ja nicht brutal. Schwerverlösch. Der Aushang wird echt lässig. Ist cool. Schön, schön. Also wir wollten ja schauen hallo Ja gut Rot Schönen, schön Boah Da fährt jetzt nur da raus Das ist nah, ist ja geschossen Na ja Ausschuss So, jetzt haben wir Oh, was hast du denn noch? Du Keiner magst Crackling Silberwirbel, das klingt geil Was davor? Silberwirbel Nein, Crackling ist schlechter Ja, sucht den Chaos Es heißt Zutritt Silberwirbel Ich entholt mich Wieso Crackling? Ja, Crackling Was schrift gegen mich? Tiroler halt Ich erkannt man wieder Die Roller kennt man Aber ausser nicht Geh raus Ich bin praktisch nur Was ist denn egal für Crackling? Ja, also Crackling das Zeug nicht. Naja, das braucht man ja nicht mehr sagen, oder? Im Wirbel Schaugrappel, im Wirbel Hinkrieg, oder? Aber die haben schon gedruckt, wie es das aussieht, schießt brutal. Geil! Geil! Ich muss meinen Mund so machen, nicht, dass man was reingeklickt. Ja, sehr schön, sehr schön! Fein warm! Blechbox, da kann man nichts sagen. Wahnsinn! Aber das wäre es auch schon wieder gewesen. Also, ja so ist es, wenn wir sogar eine Röhle zum Highlight machen können. Bis zum nächsten Mal! Und servus!